Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Für mich nicht ganz so erfreuliches Video. Ihr habt es vielleicht jetzt schon im Titel gelesen. Ich muss morgen zum Zahnarzt bzw. zum Kieferchirurgen. Da lasse ich das Ganze machen. Wir werden oben die beiden Weisheitszähne gezogen. Ich habe spontan überlegt, ich lasse euch da so ein bisschen daran teilhaben. Nicht an die eigentliche OP, aber ich werde in dem Video dann mal meinen Verlauf so ein bisschen kundtun. Werdt euch also morgen dann nach der Weisheitszahn-OP, nicht direkt danach, sondern erstmal will ich meinen Ohr ein bisschen sagen, wie das gelaufen ist, wie es mir geht und dann so die Tage bis zur Heilung dann auch, wo es dann wieder okay ist. Ob ich da vielleicht irgendwelche Komplikationen oder irgendwas hatte, was ich nicht hoffe, werde ich euch in dem Video sagen. Und für mich ist es so, ich bin sehr aufgeregt, nervös. Ich gehe ungern zum Zahnarzt. Es gibt so zwei Dinge, die ich im Leben eigentlich überhaupt nicht gerne mache. Das eine ist zum Zahnarzt und das andere zum Flugzeugesteigen. Trotzdem mache ich es immer wieder, weil es irgendwie mal sein muss oder auch dazugehört einfach. Da muss man sich immer überwinden. Aber das sind so Tage davor, wo ich dann wirklich nervös bin. Auch heute Morgen auch schon wieder so um 9.30 Uhr daran gedacht, so noch 24 Stunden, dann liegst du da im Behandlungsstuhl und zack nicht darauf geachtet und mit dem Auto hinten gegen so eine Eisenstange gegen gefahren. Jetzt habe ich noch einen schönen Kratzer am Auto. Was mir aber eigentlich fast auch irgendwie egal ist. Ich will jetzt nur diese Weisheitszähne daraus haben, das hinter mir haben und dann halt hoffen, dass alles gut geht und dann einfach nur noch erleichtert sein. Aber aktuell ist es halt so, dass man doch, also ich mir viel Gedanken mache mit den Nerven auch so ein bisschen, ich will nicht sagen fertig bin, aber schon. Das belastet halt alles und ich möchte es hinter mir haben. Und ja, vielleicht geht es euch auch so oder den Einrun, der sich das Video anguckt und vielleicht, wenn es bei mir nachher alles gut geht, ich weiß es ja jetzt noch nicht, kann ich euch so ein bisschen die Angst nehmen oder auch so meine Erfahrungen halt einfach mal weitergeben. Das möchte ich jedenfalls mit dem Video machen. Ich zeige euch jetzt hier auf dem Röntgenbild nochmal die Ausgangslage. Hier könnt ihr das sehen. Die Weisheitszähne, die haben halt kein Gegenbiss mehr, weil unten vor zehn Jahren die Weisheitszähne schon rauskam. Das hatte ich unter einer Asylierung gemacht. Ich versuche es jetzt nur mit örtlicher Betäubung, also mit Spritzen. Ich muss auch mal gucken, ob das klappt. Eine Sedierung soll 100 Euro kosten. Wäre es mir auch wert, wenn es gar nicht geht, mache ich das auch. Aber mal schauen. Und Problem ist, dass die Weisheitszähne, könnt ihr sehen, halt kein Gegenbiss haben, deshalb sie lang geworden sind. Und jetzt, wenn ich den Mund zumache oder auch meinen Kopf so nach vorne neige, hinten im Kiefer schon reindrücken, auch dadurch, dass ich schräg komme, wachsen sie hier so ein bisschen gegen und ich merke das und habe dementsprechend auch immer mal Schmerzen, auch Spannungsschmerzen im Oberkiefer. Ja und aus dem Grund müssen die jetzt einfach raus und ich hoffe, dass ich das morgen alles ganz gut überstehe. Es sind jetzt ein paar Stunden noch hin bis morgen. Und ja, ich melde mich dann halt einfach morgen irgendwann und werde euch dann so Tag für Tag irgendwo berichten, wie es mir geht, worauf ich geachtet habe und was gut und nicht so gut gelaufen ist. Also ich weiß selber noch nicht genau, wie das Video aussieht, aber ihr werdet es dann halt einfach sehen und ich mache jetzt hier an der Stelle erstmal Schluss und melde mich dann hoffentlich morgen nach der OP wieder. So, die Zähne sind jetzt draußen. Das Ganze ist jetzt sieben Stunden her und man hört es glaube ich auch, ich kann noch gar nicht so richtig reden und auch das noch nicht so richtig bewegen. Die Betäubung hat jetzt nachgelassen und jetzt merke ich auch so ein bisschen die Schmerzen. Ich nehme hier Ibuprofen oder 400er sind das. Und kühle das Ganze auch mit meinem Kühlpacket hier. Das hilft ganz gut. Das habe ich vorhin auch gemacht, als ich zu Hause gekommen bin. Erstmal gekühlt, gleich eine Schmerztablette sofort, als ich zu Hause war, genommen und habe mich dann für vier Stunden ins Bett gelegt. Ja, jetzt habe ich gerade noch mal eine Tablette genommen. Wie ihr seht, sind jetzt schon zwei draußen. Da habe ich auch noch so einen Merkzettel mitgekriegt, aber da erzähle ich euch einfach morgen mehr drüber. Ich möchte das heute so kurz wie möglich halten. Also ich habe jetzt schon Schmerzen. Die tun auch oben die Zähne extrem weh. Der ganze Kiefer-Mundbereich schmerzt auch. Aber es ist aushaltbar erträglich. Und ja, ich denke das war es für heute. Morgen erzähle ich euch ein bisschen mehr, wenn es allgemein ein bisschen besser geht. Und ja, mal gucken, was der morgige Tag so bringt. Ja, heute ist Tag zwei nach der Weißhaltszahn-OP. Ich habe ja oben beide Weißhaltszähne entfernt bekommen. Heute klappt das alles schon ein bisschen besser. Ich habe zwar das Gefühl, dass das ziemlich geschwollen ist. Mir tun auch die Zähne oben weh. Also ich habe auch Schmerzen hier im Oberkieferbereich, Wangenknochen, die so ein bisschen hochziehen übers Ohr. Da habe ich bedingt auch so ein bisschen Kopfschmerzen. Es ist jetzt auch noch früh am Morgen. Ich habe irgendwie auch nicht mehr schlafen können. Habe auch die Nacht nicht wirklich gut geschlafen, obwohl ich auch Schmerztabletten genommen habe. Ich nehme bis heute Morgen auch noch eine genommen. Aber alles in allem ist es schon irgendwo noch erträglich. Also es ist aushaltbar. Ich will da jetzt niemanden Angst machen oder so. So schlimm ist es nicht. Und auch die Weißhaltszahn-OP an sich war jetzt auch nicht ganz so schlimm, wie ich dachte. Ich habe das unter örtlicher Betäubung machen lassen. Ich hatte mir ja noch die Option offen gehalten, so eine Sedierung auch zu machen. Das muss man allerdings selber bezahlen. Kostet um die 100 Euro. Der Zahnarzt meinte aber, das brauche ich nicht bzw. das war ein Kieferchirurg. Ich bin nicht zum normalen Zahnarzt hingegangen. Und die OP lief dann eigentlich wie folgt ab. Ich hatte hier in einem äußeren Bereich eine Spritze bekommen in den Kiefer. Und im inneren Bereich auf beiden Seiten. Das hatte dann gute 2 Minuten eingewirkt pro Seite. Und dann hat er mit der Zahnarztzange beide Zähne entfernt. Der linke ging recht schnell und leicht raus. Bei dem rechten musste er etwas mehr arbeiten. Aber das hat an sich auch ganz gut geklappt. Ich glaube nach insgesamt 10-12 Minuten war ich aus dem Behandlungszimmer auch wieder draußen. Ich habe mich auch kurz hingesetzt. 5 Minuten bis der Kreislauf wieder so ein bisschen im OK kommt. Und dann bin ich auch nach Hause gegangen. Also das war alles gar nicht so schlimm wie ich dachte. Ich habe ja vorher richtig Angst gehabt davor, weil ich ohnehin nicht gerne zum Zahnarzt gehe. Aber das muss halt sein. Und ja, jetzt hoffe ich, dass das alles noch ein bisschen besser wird. Das fühlt sich immer noch sehr dick an, geschwollen an. Obwohl man es glaube ich gar nicht so sieht. Es ist auch nichts grün und blau geworden hier. Aber da bin ich ohnehin nicht so der Typ für, dass ich irgendwie Blutabgüsse kriege. Das war noch nie so. Und jetzt warte ich einfach mal ab, was die Tage so bringen. Ich wurde vom Zahnarzt selber zwei Tage krankgeschrieben. Heute ist der zweite Tag. Das ist dann ja schließlich der Tag mit der OP und halt heute. Und dann will ich mal gucken, wie morgen der Tag sonst aussieht. Ob ich da wieder arbeiten gehen kann oder sonst müsste ich gegebenfalls da halt auch noch mal zum Arzt gehen. Ja, ich melde mich morgen wieder bei euch. Ja, heute sind es zwei Tage nach der OP und ich habe immer noch Schmerzen. Meine Zähne tun auch weh. Ich kann nichts richtig Festes kaufen. Also ein Stück Fleisch oder so wäre gar nicht drin. Meistens esse ich Suppe oder Bananen. Ich denke, das würde ich euch auch empfehlen, wenn ihr irgendwie eine Weisheitszahn-OP habt. Oder allgemein was mit zehn. Dann holt euch irgendwelche Suppen. Das kann man ganz gut essen. Das funktioniert also wunderbar. Ist jetzt nicht mein Lieblingsessen, aber ich denke mal für die nächsten ein bis zwei Tage noch. Und dann müsste es hoffentlich wieder besser werden. Ich war heute gerade noch beim Arzt. Ich war vom Zahnarzt zwei Tage krankgeschrieben und habe mir heute noch mal den dritten Tag geholt. Wir haben Freitag. Und ja, jetzt kann ich mich noch mal einen Tag jetzt ausruhen. Deshalb auch noch die Jacke an. Ich bin gleich vom Arzt. Wollte kurz auf Video festhalten, wie man von auf ist. Und werde mich gleich noch mal ein bisschen hinlegen. Weil es ist halt auch schon... Also hier in dem Bereich schön Schmerz und auch ein bisschen hochzieht in den Kopf. So leicht unter das Auge. Und ja, ich wollte auch noch mal hier so ein Merkblatt zeigen, was ich bekommen habe. Es gibt hier immer oft auch so, dass man keine Milch essen soll, wenn man die Weisheitszähne rausgenommen hat. Das ist also Schwachsinn. Hier steht gegen Milchprodukte spricht nichts. Und ich habe es auch selber jetzt gemacht. Ich habe schon mal einen Eiweißshake getrunken. Halt auch einfach, um so ein bisschen Sättigung reinzukriegen. Und es funktioniert. Was man nicht machen sollte, ist rauchen oder Alkohol trinken. Aber das wäre auch das Letzte, worauf ich jetzt Lust hätte, ehrlich gesagt. Rauchen sowieso nicht und Alkohol sehr, sehr selten und schon gar nicht nach einer OP. Also der spricht für sich selber. Sollte eigentlich jedem auch klar sein. Ja, ich erzähle euch morgen oder übermorgen, wenn es mir mal ein bisschen besser geht, so den Verlauf der OP und auch was bei mir danach so gemacht wurde oder was ich so gemacht habe, damit das alles etwas besser wird. Aber da habe ich heute noch nicht so eine Lust drauf. Das werde ich denke ich mal morgen oder übermorgen machen. Ich denke mal, dass es mir dann einfach besser geht von der Stute her. Und dann melde ich mich morgen wieder. Ja, heute haben wir Samstag. Besser gesagt Samstag Mittag jetzt schon. Ich war gerade eben einkaufen, habe mir jetzt schon mal so normale Lebensmittel gekauft. Also ich will jetzt auch mal wieder Brot essen. Eine Pizza habe ich mir auch gekauft. Das probiere ich jetzt gleich mal aus. Weil ich so ein bisschen noch merke, dass es auch spannend und da wo die Zähne halt drin waren, wenn ich dann ein bisschen mit der Zunge drüber gehe, merke ich halt auch noch den Wundschmerz. Aber allgemein so die Schmerzen an den Backen und was so hoch zieht in den Kopf, ist also erheblich weniger geworden. Eigentlich fast gar nicht mehr zu merken. Ein bisschen ist es noch da, aber es geht jetzt halt wirklich zurück. Und dann ist mir aufgefallen, dass ich euch glaube ich gestern irgendwie in dem Video gesagt habe, dass ich euch heute erklären will, wie die Weißheitszahn OP war. Hatte das aber eigentlich einen Tag vorher ja schon gemacht. Bitte das einfach irgendwie zu entschuldigen. Ich bin halt noch nicht so ganz da gewesen, wenn der Kopf so dröhnt und der Kiefer wehtut. Habe ich das einfach irgendwie ein bisschen verwechselt. Viel gibt es da ja auch gar nicht zu erzählen. Ich glaube ich hatte euch auch nicht gesagt, es wurde nicht zugenäht. Manchmal wird das ja auch vernäht, wenn irgendwo die Weißheitszähne so aufgeschnitten werden muss und die müssen so rausgegraben werden oder wie man das nennt. Das hatte ich nicht. Bei mir konnten die wirklich wie ein normaler Zahn gezogen werden und dementsprechend auch nicht vernäht. Ich habe halt so eine Mullbinden da reingekriegt, da habe ich eine halbe Stunde drauf gebissen dann und das hat die Blutung dann auch weitgehend gestillt. Ich hatte zwei Tage später immer noch, wenn ich so ein bisschen hochgezogen habe und ausgespuckt habe, immer noch leicht Blut drin gehabt. Also das ist nicht beunruhigend, das ist ganz normal, weil es halt durch den Speichel sich immer so ein bisschen noch vermischt. Also wenn ihr das habt, ist es ganz normal. Auf diesen Werkzettel war ich auch glaube ich schon eingegangen. Ich habe mir jetzt nicht mehr das so alles angeguckt, was ich die Tage hier in die Kamera gesprochen habe. Falls ihr da irgendwie Fragen habt oder so, ich halte euch das jetzt einfach mal hier so in die Kamera rein. Ihr könnt euch das in Ruhe durchlesen, ich hoffe ich verdecke hier nichts, nein. Und drückt einfach hier im Videoplayer jetzt auf Pause und dann könnt ihr euch diesen Werkzettel mal durchlesen. Das ist halt die Verhaltensregel nach der Weisheitszahn-OP in meinem Fall. Hier unten ist durchgestrichen. Das war glaube ich jetzt mit den Öffnen, also wenn die Kieferhöhle auf ist. Die Gefahr entsteht oben, wenn die Weisheitszähne, wenn die Wurzeln zu lang sind oder etwas merkwürdig verwachsen sind, sage ich jetzt einfach mal als Laie. Kann es sein, dass man, weil die Kieferhöhle relativ dünn ist, der Knochen, dass man das öffnet und das müsste dann vernäht werden. In meinem Fall wird es so lange nicht passiert, kommt wohl auch ein bisschen selten vor. Aber da halt nochmal der Zusatz hier, das war aber durchgestrichen. Wie gesagt, drückt einfach mal auf Pause und lest euch das in Ruhe durch, wenn es euch interessiert. Man findet ja im Internet so allerlei Hinweise und das hier kommt von meinem Arzt und der muss es wissen. Der steht letztendlich auch in Haftung, wenn hier irgendwo etwas Verkehrtes draufstehen würde, zum Beispiel mit den Milchprodukten. Öfters liest man mal, Milch soll man nicht nehmen. Hier steht drauf, dass es unbedenklich ist. Ich habe auch selber Milchprodukte genommen, ich habe Eiweißshake gemacht, ich habe Milcheis gegessen. Halt auch, weil ich dachte, gut, ich kann es von außen mit Kühlpackets kühlen, das habe ich so zwei Tage gemacht. Aber dann halt auch von innen einfach mal ein Eis gegönnt. Man kann sowieso nicht so viel essen und dann einfach für die Seele mal ein nettes Eis. Kann auch nicht schaden. Aber das habe ich einfach gemacht und es mir gut bekommen. Und ja, ich denke, man sieht jetzt auch schon in meinem Video, dass es mir heute einfach viel besser geht. Und morgen ist Sonntag, da warte ich dann mal ab, wie es mir da geht. Und ich gehe ganz stark davon aus oder würde sagen, dass ich dann am Montag auch wieder zur Arbeit gehe. Ja, nächster Tag jetzt. Heute haben wir Sonntag, sogar schon Sonntagabend. Ich habe es jetzt vorher nicht geschafft, weil ich heute ein bisschen unterwegs war. Und ja, heute klappt es auch alles wieder ein bisschen besser. Schmerzen sind nur noch sehr wenig da. Ich kann auch schon wieder besser kauen. Ich habe jetzt schon mal Brot gegessen mit Salami drauf. Und habe auch zum Mittag Bregenwurst mit Braunkohle gegessen. Das konnte ich also auch schon ganz gut kauen. Hat ganz gut geklappt. Danach tat mir so ein bisschen hinten im Bereich der letzten beiden Backenzähne so die Zähne bzw. der Kiefer auch weh. Aber nicht wirklich weiterhin tragisch und schlimm. Alles in allem würde ich sagen, geht es mir schon wieder gut. Ab und zu zwischendurch vergesse ich auch mal, dass da halt was war. Obwohl man es so leicht hier in dem Bereich immer noch merkt. Aber halt wie gesagt wirklich nicht wild. Und ja, morgen haben wir Montag. Da geht es für mich dann wieder zur Arbeit. Mal gucken, wie ich das denn vertrage. Wenn man wieder so ein bisschen Trubel um sich oben hat. Einfach mal schauen. Weil man da vielleicht doch auch etwas verkrampfter mal gerade hier so ein Gesichtskieferbereich ist. Vielleicht die Zähne mal auch aneinander beißt oder zusammen beißt. Ich weiß es nicht. Werde ich sehen wie das läuft. Werde ich euch morgen auch sagen. Dann seht ihr dann also auch gleich in dem Video. Aber so bin ich jetzt eigentlich zufrieden oder schon sehr zufrieden wie der Heilungsverlauf geht. Ich hatte mir das ehrlich gesagt schlimmer vorgestellt. Und ja, bin da positiv überrascht. Mal schauen wie es morgen ist. Und das werde ich euch morgen dann wieder sagen. So, da bin ich wieder. Wir haben den nächsten Tag. Heute ist Montag. Der erste Arbeitstag war. Und das hat soweit auch ganz gut geklappt. Ich habe jetzt ein leichtes Ziehen, was hier von der OP-Narbe oder Wunde hochkommt. So ein bisschen in die Schläfe rein. Es drückt ganz leicht da. Aber jetzt nicht wirklich tragisch. Also nicht so, dass ich ein Schmerzmittel nehmen müsste. Auf gar keinen Fall das ist auszuhalten. Und ja, Arbeit hat gut geklappt. Auch wenn es auf der Arbeit immer etwas lauter, hektischer oder stressiger ist als zu Hause, wo man halt einfach seine Ruhe hat. Trotzdem hat es wunderbar funktioniert. Und Schmerzen im Kiefer oder im Zahnbereich sind auch nicht mehr vorhanden. Das Kauen klappt auch schon wieder ganz gut. Ich bin immer noch ein bisschen vorsichtig, dass ich mich nicht doch mal irgendwie verbeiße und hinten ein Stück Brotründe oder irgendwas anderes, was etwas härter ist, in die Narbe reinpiekst oder sticht. Da achte ich noch so ein bisschen drauf. Da ist so eine gewisse Unsicherheit da. Aber im Prinzip klappt das alles schon wieder ganz gut. Und ja, die Sorgen oder Gedanken oder auch die Angst, die ich vorher hatte vor der OP, habe ich es ja auch vielleicht ein bisschen mitgekriegt im Video, waren eigentlich fast unbegründet. Der Eingriff selber war relativ harmlos. Ich habe das unter örtlicher Betäubung gemacht. Einfach vier Spritzen gekriegt. Jeweils zwei pro Seite oben im Oberkiefer. Einmal außerhalb hier ins Zahnfleisch und dann in den Gaumen. Und von dem Eingriff Zähneziehen selber habe ich gar nicht so viel gemerkt. Man merkt so ein bisschen, wie es zieht, aber man hat keine Schmerzen und es ist auch nicht wirklich schlimm. Und ja, nach 10-12 Minuten, wie gesagt, war ich ja aus der Zahnarztpraxis dann wieder raus. Das ging also ganz schnell. Und danach war es auch okay. Ich habe jetzt nicht übermäßig stark geblutet. Ich hatte auch nicht übermäßig starke Schmerzen. Sicherlich hat es etwas wehgetan. Gespannt Kopfschmerzen. Man war ein bisschen abgeschlagen. Das ist aber, denke ich, ganz normal und auch aushaltbar. Also, falls ihr auch vor einer Weißerzahn-OP steht, macht euch nicht so viele Gedanken. Unten, die hatte ich vor 10 Jahren schon mal rausbekommen. Das war auch aushaltbar. War sogar etwas schlimmer als oben, muss ich sagen. Von der Nachwirkung her aber auch nicht wirklich sehr schlimm. Und macht euch nicht so viele Gedanken. So schlimm, wie man immer denkt, ist es gar nicht. Ich habe keine Komplikationen gehabt, glücklicherweise. Das wird auch bei den meisten so sein. Man kann das ja auch selber so ein bisschen was dafür tun, indem man halt einfach darauf achtet, dass man vielleicht, wenn man Raucher ist, in der Zeit auf den Zigarettenkonsum verzichtet. Oder halt auch keinen Alkohol trinkt und auch allgemein auf eine gute Mundhygiene achtet. Dann kann man schon seit mal viele ausschließen. Und dann geht das bei euch auch gut. Und wird auch, denke ich, komplikationsfrei ablaufen. Falls ihr irgendwie Fragen habt oder irgendwelche Sorgen oder irgendwas anderes loswerden wollt, dann schreibt es unten mal in die Kommentare rein. Ich versuche eure Fragen dann so schnell und gut wie möglich zu beantworten. Denkt aber daran, dass ich kein Zahnarzt bin. Ich bin einfach nur ein Patient, der es jetzt mal hinter sich hat. Und meine Erfahrungen hier in dem Video mit euch teilen wollte, wo ich vielleicht auch ein bisschen die Angst nehmen kann. Ich kann euch aber keine Fachfragen beantworten. Aber trotzdem, wenn irgendwo eine Rückfrage ist, schreibt es einfach unten in die Kommentare rein. Ja, ansonsten hoffe ich, dass euch dieses Video hier gefallen hat. Wenn ja, zeigt es mir mit dem Daumen nach oben. Abonniert auch gerne meinen Kanal. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin.